Party time! Zumba ist ein Tanz und ein Workout. Das ist einfach ein Blumenstrauss von jedem, wie Salsa, Samba, Merengue, Cumbia und etc. Das ist einfach ein Blumenstrauss von jedem, wie Salsa, Samba, 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 Samba! Was uns fasziniert hat an Samba war, dass erstmals ein Group Fitness Kurs aktiv beworben wird als Party. Und das hat uns neugierig gemacht und dann haben wir uns vertieft damit beschäftigt. Samba ist speziell, weil es einfache Schritte, jeder kann machen und es ist für alle, junge, ältere. Und das ist einfach auch Schritte und wird immer wiederholt und das macht Spass. Eine Kollegin von mir hat diesen Kurs gefunden und wir dachten, wir wollen nun mal etwas Neues sehen. Und darum haben wir es ausprobiert und wir bereuen es nicht. Wir kommen sehr gerne und machen immer weiter. Ja! Sieben! Jus! Ja! 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 Möden durch! Ja! 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 Das macht schon Spaß, weil man noch die eigene Bewegung dazu tun kann. Ja! 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 Ja, ja! Ja! Ja, ja! Wir waren bereit, als die Welle von Amerika nach Europa schwappte, dass wir bereit waren, diese zu bewältigen. Zurzeit haben wir über 100 Klassen, die wöchentlich in der Deutschschweiz in der Klubschulen stattfinden. Und ja, macht Freude. Es heisst in über 100 Stunden die Woche heisst es, let's have a party, let's zumba! Untertitelung des ZDF, 2020